Wie behandelt man einem verstauchten Knöchel? Eine Verstauchung ist die kurze Art zu sagen, dass sie zerrissen oder einen Muskel überdehnt. Es tritt auf, wenn ein Gelenk verdreht wird, verletzt die Bände, die die Knochen im Gelenk zu verbinden. Knöchelverstauchungen kann durchlaufen oder gehen auf unebenem Untergrund verursacht werden, hochhackige Schuhe tragen, das Heben schwerer Gewichte und als Folge von Unfällen. Die Symptome können Schmerzen, Schwellungen, Blutergüsse und eingeschränkte Bewegungsbereich umfassen. Eine Verstauchung kann von leichter bis schwerer. Während schwere Verstauchungen wird die medizinische Versorgung benötigen, können Sie eine milde Verstauchung leicht zu Hause mit einigen einfachen Hausmitteln behandeln. Eine Verstauchung ist eine Verletzung der harten Bands von Gewebe, Bänder, die die Knochen des Beins auf den Fuß umgibt und zu verbinden. Die Verletzung geschieht in der Regel, wenn Sie aus Versehen Ihre Knöchel in eine unangenehme Art und Weise drehen und wenden. Dies kann die Bänder dehnen oder reißen, die ihre Knöchelknochen und Gelenke zusammenhalten. Alle Bande haben einen bestimmten Bereich von Bewegung und Grenzen, die es Ihnen ermöglichen, um die Gelenke zu halten, stabilisiert. Wenn Bänder, die die knöchelumgebende Vergangenheit dieser Grenzen gestoßen, verursacht es eine Verstauchung. Verstaucht Knöchel am häufigsten beinhalten Verletzungen der Bänder auf der Außenseite des Knöchels. Sie sollten Ihren Arzt sofort anrufen, wenn Sie Ihre Knöchel verstaucht. Ihr Arzt kann die Schwere der Verletzung festzustellen und eine ordnungsgemäße Verlauf der Behandlung empfehlen. Es kann mehrere Wochen oder Monate dauern, für einen verstauchten Knöchel vollständig zu heilen. Ursachen der Knöchelverstauchung Eine Verstauchung tritt häufig auf, wenn der Fuß plötzlich verdreht oder rollen und zwingt das Sprunggelenk aus seiner normalen Position. Bei körperlicher Aktivität kann der Knöchelverdrehen nach innen als Folge eines plötzlichen oder unerwarteten Bewegung. Dies bewirkt, dass ein oder mehrere Bänder um den Knöchel zu dehnen oder reißen. Einige Schwellungen oder Blutergüsse können als Folge dieser Risse auftreten. Sie können auch Schmerzen oder Beschwerden fühlen, wenn Sie Gewicht auf die betroffene Stelle legen, Sehnen, Knorpel, Blutgefäße und möglicherweise auch aufgrund der Verstauchung beschädigt werden. Knöchelverstauchungen kann in jedem Alter zu jedem passieren. Die Teilnahme an Sport, zu Fuß auf unebenen Oberflächen oder sogar ungeeignet Schuhe tragen können alle dazu führen, diese Art von Verletzung. Symptome einer Verstauchung Sie können einen verstauchten Knöchel, wenn Sie die folgenden Symptome im Sprunggelenk bemerken. Schwellung Zärtlichkeit Quetschungen Schmerz Unfähigkeit, Gewicht auf den betroffenen Knöchel zu setzen Hautverfärbungen Steifheit Der Knöchel können viele verschiedene Arten von Verletzungen erleiden. Es ist wichtig, Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Knöchel sind zu erleben. Ihr Arzt kann feststellen, ob die Verletzungen ist eine Verstauchung oder etwas schwerer. Diagnostizieren von Verstauchung Ihr Arzt wird eine körperliche Untersuchung durchführen, um festzustellen, welche Bänder gerissen wurden. Während der Prüfung kann Ihr Arzt Ihre Sprunggelenk auf verschiedene Weise bewegen, Sie Ihre Beweglichkeit zu überprüfen. Imaging-Tests, wie Röntgenstrahlen, kann auch einem Knochenbruch auszuschließen bestellt werden. Ein MRT kann getan werden, wenn Ihr Arzt Knochenchipping vermutet, eine schwere Verletzung der Bänder oder eine Beschädigung der Oberfläche des Sprunggelenks. Die MRIT-Test verwendet ein starkes Magnetfeld und Radiowellen detaillierte Bilder des Körpers zu erstellen, sodass Sie Ihren Arzt eine richtige Diagnose zu stellen. Die Oberfläche des Sprunggelenks kann verletzt werden, wenn die Bänder vollständig zerrissen wurden. Wenn dies der Fall ist, dann kann Ihr Knöchel auch nach der Verletzung haltendstabil sein. Knöchelverstauchung-Behandlung Einen verstauchten Knöchelbehandlung ist wichtig, Erholung zu fördern und weitere Beschwerden zu verhindern. Ihr Arzt kann Ihnen einige Tipps und Produkte zur Verfügung stellen, die Sie verwenden können, für die Verstauchung zu kümmern, während Sie sich erholen. Es ist wichtig, nicht das Gewicht auf den verletzten Bereich zu setzen, während Sie von einer Verstauchung sind erholt. Sie können leichte Verstauchungen zu Hause behandeln können. Empfohlene Pflege-Zuhause-Behandlungen umfassen Mit elastischen Binden, wie ein S-Verband, den Knöchel zu wickeln Eine Klammer tragen Sie Ihre Knöchel zu unterstützen Mit Krücken, wenn nötig Erhebend Ihren Fuß mit Kissen beim Ausruhen oder Schlafen Dies wird helfen, Schwellung zu reduzieren Viel Ruhe und das Gewicht nicht auf den Knöchel setzen Es ist auch hilfreich Eis auf den verletzten Bereich zu beantragen, sobald Sie können Schwellung zu reduzieren Am ersten Tag sollten Sie Eis alle 20 bis 30 Minuten, drei bis vier Mal pro Tag gelten Danach sollte es alle drei bis vier Stunden für die nächsten zwei Tage angewendet werden Ihr Arzt kann Ihnen sagen, Ihre verletzten Knöchel bleiben ausgeschaltet, bis der Schmerz nachlässt Für leichte Verstauchungen, kann dies eine Woche dauern 10 Tage, um, während mehr schwere Verstauchungen bis mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann, um zu heilen Chirurgie ist selten, aber es kann durchgeführt werden, wenn die Beschädigung der Bänder stark ist oder wenn die Verletzung verbessert, nicht mit nicht chirurgischen Behandlungen Chirurgische Optionen umfassen Arthroskopie Während einer Arthroskopie, sieht ein Chirurg im Gelenk, um zu sehen, ob es irgendwelche lose Fragmente von Knochen oder Knorpel sind Wiederaufbau Zur Rekonstruktion der Operation repariert ein Chirurg die Bänderriss mit Stichen Sie können auch andere Bänder oder Sehnen um den Fuß oder Knöchel verwenden, um die beschädigten Bänder zu reparieren Die Arzt der Operation benötigt wird von der Schwere Ihrer Knöchelverstauchung und Ihrer Aktivität abhängen Nach der Operation ist Rehabilitation ein sehr wichtiger Teil des Wiederherstellungsprozesses Sie werden regelmäßig Follow-Up-Termine mit Ihrem Arzt und vollständige physikalische Therapieübungen teilnehmen müssen, um den Knöchel zu stärken Je nach Umfang Ihrer Knöchelverstauchung und der Art der Operation durchgeführt, kann Rehabilitation Wochen oder Monate dauern Long-Term Outlook für jemanden mit einer Verstauchung In den meisten Fällen ist eine Verstauchung nicht sehr ernst und wird komplett mit der richtigen Behandlung zu heilen Die Zeitdauer für eine vollständige Wiederherstellung erforderlich wird von der Schwere des Verstauchung abhängen Die meisten Knöchelverstauchungen nehmen ein paar Wochen, um vollständig zu heilen Eine schwerere Verstauchung kann viele Monate dauern Obwohl Schmerzen und Schwellungen schließlich weggehen, Ihre verletzten Knöchel nicht so stabil, wie Ihre Knöchel nicht betroffen seien Ihr Arzt kann bestimmte Übungen vorschlagen, um den Knöchel zu stärken Sie sollten jedoch nicht mit Übungen fortfahren, bis Ihr Arzt Ihnen, dies zu tun, erzählt hat Verhinderung eines Verstauchung Sie können Ihr Risiko für zukünftige Verstauchungen senken Wickeln des betroffenen Knöchel in einer elastischen Binde Trägt eine Klammer, falls erforderlich Durchführung von Übungen zur Stärkung Vermeidung von hohen Absätzen Aufwärmen vor dem Training Tragen robuste, hochwertige Schuhe Aufmerksamkeit Sie zu Fuß auf Oberflächen Verlangsamen oder Stoppen Aktivitäten, wenn Sie fühlen sich müde Rufen Sie Ihren Arzt sofort, wenn Sie denken, dass Sie Ihre Knöchel wieder verstaucht habe Wenn sie unbehandelt, kann eine Verstauchung zu langfristigen Schmerzen und Instabilität im Sprunggelenk führen Der Zeitpunkt und die Art der Action-Zutreha-Übungen können je nach Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten Einstellungen Sie werden wahrscheinlich die folgenden Arten von Übung Range auf Bewegungsübungen Das Gelenk zu bewegen, so weit wie möglich in jeder Richtung, die es sich bewegt Sie können diese Übungen bald nach Ihrer Verletzung beginnen Stretching-Übungen Ihrer Achilleshine Achilleshine, zu halten flexibel, während Ihr Knöchel heilt Sie können Strecken beginnen, sobald dies ohne Schmerzen tun können Stärkung der Übungen Um die Muskeln zu stärken, so dass Sie den Knöchel helfen unterstützen Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten über den Zeitpunkt von Übungen für den Knöchel zu stärken In der Regel können Sie diese Übungen starten, nachdem Sie ohne erhöhten Schmerzen oder Schwellungen stehen können Solange Sie keine Schmerzen fühlen, während Sie sie tun Balance und Kontrolle Übungen Ihren Fuß und Knöchel reagieren auf Aktivitäten zu helfen, die rein Jury verhindern helfen kann Sie können in der Regel Balance und Kontrolle Übungen beginnen, wenn Sie in der Lage sind, ohne Schmerzen zu stehen Aber sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten über den genauen Zeitpunkt Sie sollten keinen Schmerz empfinden, während diese Übungen Auch, versuchen Sie nicht, diese Übungen, wenn Sie sie nicht einfach vor Ihrer Verletzung getan haben könnte Wenn Sie denken, Sie würden unsicher gefühlt haben diese Übungen, wenn Sie Ihre Knöchel gesund war, sind Sie bei Gefahr eines Absturzes, wenn man sie mit einem verletzten Knöchel versuchen Hier sind die einige Hausmittel für einen verstauchten Knöchel Eis Eis auf einem verstauchten Knöchel Anwendung kann erheblich dazu beitragen, Schwellungen, Entzündungen und Schmerzen zu lindern Eis hält die Bänder von entzündet werden und stoppen alle von einem Banderes Blutungen Eis sollte für die ersten 48 bis 72 Stunden nach der Verletzung über den betroffenen Bereich aufgetragen werden Wickeln Sie über eine Tasse Eiswürfel in ein Handtuch Tragen Sie die Kompresse auf den verletzten Bereich für 15 bis 20 Minuten Wiederholen Sie den Vorgang alle 2 bis 3 Stunden Wenn Eis nicht ohne weiteres verfügbar ist, können Sie ein gefrorene Paket von Gemüse Hinweis, niemals Eis direkt auf der Haut setzen, wie es Schäden an der Haut verursachen können Kompression Um zu helfen stoppen Schwellungen, komprimieren oder den verstauchten Knöchel bald nach der Verletzung verbannt Kompression hilft bei der Kontrolle Schmerzen sowie verhindert eine weitere Schädigung Zur Anwendung Kompression können Sie elastische, Klebeband, Bandagen oder speziellen Stiefel verwenden Kaufen Sie eine Krepp oder elastische Binde aus der Apotheke Wickeln Sie die Binde von den Zehen zu ihrer Mitte der Wade, mit gleichmäßigem Druck Nicht wickeln Sie es zu fest, da es den Blutfluss einschränken Halten Sie den Verband im Laufe des Tages auf, bis die Schwellung verringert Entfernen Sie den Verband, bevor Sie schlafen gehen Hinweis, entfernen Sie sofort den Verband, wenn der betroffene Bereich blau wird oder beginnt daub zu fühlen Kurkuma Diese gemeinsame Gewürz ist eine ausgezeichnete Schmerzmittel aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften Auch krampflösend ist, Kurkuma entspannt die Muskeln, Gewebe und Gelenke und hilft, Schwellungen und Schmerzen zu lindern Mischen Sie zwei Esslöffel Kurkuma-Pulver, einem Esslöffel Limettensaft und ein wenig warmem Wasser zu einer dicken Paste Tragen Sie die Paste auf den Knöchel verstaucht und es dann mit einem Verband wickeln Lassen Sie es für 10 Stunden auf Wiederholen Sie den Vorgang alle 10 Stunden und weiterhin diese Behandlung für eine Woche Für eine schnelle Schmerzlinderung, gleiche Mengen von Kurkuma-Pulver und Kalksteinmüll mischen und Wasser hinzufügen, um eine dicke Paste Erhitzen Sie die Paste und wenden es auf den betroffenen Bereich vor dem Schlafen gehen Wickeln Sie es mit einem Verband Lassen Sie es über Nacht auf Am Morgen, entfernen Sie den Verband Tun Sie dies für zwei oder drei Tage Bei unermesslichem Schmerz, fügen Sie einen Teelöffel Kurkuma-Pulver auf ein Glas warme Milch Trinken Sie das zweimal täglich für eine Woche Knoblauch Knoblauch kann auch schnell verwendet werden, um verschiedene Symptome einer Verstauchung zu lindern Aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften, kann Knoblauch Schmerzen sowie Entzündungen zu reduzieren helfen Auch seine heilenden Eigenschaften und seine Fähigkeit, die körpereigene Kraft und Energie zu erhöhen, wird den Heilungsprozess zu beschleunigen Mischen Sie einen Esslöffel Knoblauchsaft und zwei Esslöffel warmen Kokosöl Reiben Sie diese Lösung auf dem betroffenen Gebiet Lassen Sie es auf eine halbe Stunde und dann waschen Sie den Bereich mit lauwarmem Wasser Verwenden Sie diese einfache Abhilfe drei oder viermal am Tag für mehrere Tage, bis die Knöchel vollständig heilt Einen Teelöffel Knoblauchöl und einem Teelöffel Mandelöl alternativ mischen Massieren Sie den betroffenen Bereich mit der Mischung zwei oder dreimal pro Tag Täglich wiederholen, bis Sie sich vollständig zu erholen Dieses Mittel kann auch zur Behandlung von Arthritis und Rheuma verwendet werden Bittersalz Bittersalz ist ein beliebtes Hausmittel gegen Verstauchungen zu behandeln Die Kristalle von Magnesiumsulfat sind sehr effektiv für die beruhigende Muskelkater und beruhigend in der Nähe Nerven Bittersalz kann in den meisten Drogerien oder Discounter erworben werden Gießen Sie eine Tasse Bittersalz in warmes Badewasser Rühren Sie es mit der Hand das Salz im Wasser auflösen zu helfen Genießen Sie die verstauchten Knöchel in diesem Wasser für mindestens 30 Minuten Tun Sie dies zweimal täglich für drei bis vier Tage Anika Anika ist für die Heilung und Stärkung der Muskeln und Gelenke eingesetzt Es ist eine ausgezeichnete entzündungshemmende Mittel, die Schmerzen zu verringern hilft, Schwellungen und Entzündungen Als zusätzlichen Vorteil, erhöht die Anika Zirkulation und blaue Flecken hilft in den verletzten Bereich zu verhindern Bewerben Anika ätherisches Öl in verdünnter Form über den betroffenen Bereich und sanft massieren Wickeln Sie einen Verband über den Bereich und lassen Sie ihn für mindestens fünf Stunden Entfernen Sie den Verband und wiederholen Sie den Vorgang erneut nach ein paar Stunden Tun Sie dies für ein paar Tage, bis die Knöchel vollständig verheilt ist Bewerben Anika Balsam oder Salbe als Creme oder eine Kompresse zwei- oder dreimal am Tag Hinweis, einige Leute Anika empfindlich sind, so versuchen, einen Patch-Test, bevor es auf dem betroffenen Gebiet Auch gelten nicht Anika, wenn die Haut offene Wunden hat Rizinusöl Rizinusöl ist ein traditionelles Heilmittel, die Schmerzen und Entzündungen von Verstauchungen zur Linderung Rizinusöl ist ein Triglycerid und besteht hauptsächlich aus Rizinolsäure, die entzündungshemmende Eigenschaften hat Falten Sie ein Baumwalltuch mehrmals ein Kissen zu machen Tauchen Sie das Bett in einen Behälter aus Rizinusöl Legen Sie das Bett auf den betroffenen Bereich und sichern Sie sie mit mehreren Lagen Kunststofffolie Legen Sie eine Wärmflasche über das Rizinusölpack für eine halbe Stunde Halten Sie den verstauchten Knöchel in einer erhöhten Position für ein paar Minuten Entfernen Sie die Packung und dann massieren Sie das restliche Öl in die Haut Diese Behandlung wird zwei bis dreimal täglich für zwei Tage Zwiebel Aufgrund ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften, Zwiebeln werden oft zur Behandlung von verstauchten Knöchel, gestaute Finger, Arthritis und Rheuma verwendet Zwiebeln können Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen zu reduzieren Hacken Sie eine große Zwiebel in kleine Stücke Setzen Sie die Stücke in einem Mulltuch und binden Sie es mit einem Gummiband Legen Sie das Mulltuch auf dem verstauchten Bereich für mindestens zwei Stunden Bei Bedarf sichern Sie das Tuch mit Klebeband Bei Bedarf wiederholen Symptome zu reduzieren Alternativ kann eine Zwiebel im Kühlschrank zwei Stunden lang kühlen Schneiden Sie die Zwiebel in kleine Stücke schneiden und sie dann mit einer guten Menge an Salz mischen Die Mischung auf die geschwollene Knöchel und wickeln Sie es mit einer elastischen Binde Ersetzen Sie die Kompresse mit einer neuen alle sieben bis acht Stunden Tun Sie dies für ein bis zwei Tage, je nach Ihrer Wiederfindungsrate Kohl Kohlentzündungshemmende Effekte machen es eine gute topische Mittel zur Behandlung von einfachen Verstauchungen Kohlkompressen werden oft verwendet, um die Schwellung in Verstauchungen und gebrochene Knochen zu reduzieren Es ist auch reich an Vitaminen und pflanzlichen Nährstoffen, die den Heilungsprozess zu beschleunigen helfen Entfernen Sie die äußeren Blätter von einem Kohlkopf Verwenden Sie eine Teigrolle, um sanft die Blätterprellung zu können, die Säfte freigegeben werden Wickeln Sie die Kohlblätter in Folie und dann wärmen Sie in den Ofen Die Blätter sollten warm sein, aber nicht heiß Setzen Sie die warme Kohlblätter über die schmerzende Stelle Sichern Sie sie an Ort und Stelle mit einer Mullbinde Decken Sie den gesamten Bereich mit Plastikfolie zu seiner Wärme behalten Lassen Sie es für eine halbe Stunde auf Folgen Sie dieser Mittel zweimal täglich für zwei Tage Olivenöl Das Vorhandensein einer bestimmten phenolischen Verbindung in Olivenöl hilft Entzündung zu lindern aus einem verstauchten Knöchel ergeben Außerdem Olivenöl hat heilende Eigenschaften, die Erholung beschleunigen helfen Das Olivenöl erhitzen und dann lassen Sie es für einige Zeit zum Abkühlen Wenden Sie das warme Öl auf den betroffenen Bereich und sanft für ein paar Minuten massieren Dadurch wird der Muskel und Schmerzen zu lindern entspannen Tun Sie dies drei oder viermal am Tag für ein paar Tage Fügen Sie einen Esslöffel Olivenöl zu einem Eigelb und gut mischen Wenden Sie diese Mischung auf dem betroffenen Gebiet und decken Sie es mit einem Wattebausch Halten Sie es für zwei Tage bandagierten Wiederholen Sie den Vorgang für ein paar Tage Zusammen mit diesen Mitteln müssen Sie den verstauchten Knöchel für ein paar Tage zur Ruhe Stress auf einem verstauchten Knöchelpudding den Heilungsprozess verzögern und sogar eine weitere Schädigung führen kann Schmerzen Sie den Vorgang für ein paar Tage